Ich habe eine Frage an Herrn Michel und zwar ist es schweizweit üblich, also in letzter Zeit mindestens üblich, dass nur junge Männer von diesen Staaten zu uns in die Schweiz kommen. Wo sind all die Familien, wo sind all die Kinder? Wenn es ja um Geflüchtete geht, dann müssen wir eigentlich annehmen, also mindestens ich denke, dass da auch Kinder und Familien und Frauen dabei sind. Wo sind die? Mir ist wichtig, wir haben nie versprochen, es kommen viele Familien mit Kindern. Das ist Krieg gegen den eigenen Bürger. Für mich sind das einfach nur Profiteure des Elends. Familie Eschliemann bzw. sie, weil er ist ja schon zweimal in den Konkurs gegangen. Er schuldet vielen Menschen noch viel Geld. OAS ist eine Profitgesellschaft. Brauche ich glaube ich nicht weiter ausführen, stand schon oft genug in der Kritik. Wir haben eigentlich mehr erwartet, dass hier diese Bünzli-Sieche zu Schnörern auslassen, was in Bern schon lange beschlossen ist. Denn wir wissen schon lange nicht mehr mit der Meinung, was die Politik in der Schweiz macht. Es hat angefangen mit dem Corona-Scheisstreck, wo sie schon alles angelogen haben, mit der Impferei, wo sie die Leute kaputt machen, wo sie alles manipulieren. Dass sie alles nur noch Krippel-Sieche in Bern haben. Die Menschen haben Angst. Wirklich Angst. Guten Abend miteinander. Wir stehen heute hier vor dem Schulhaus in Wolfisberg, dem Kanton Bern, wo wir ähnliche Situationen vorfinden wie in Mörike-Wildegg, wo ein Hotel zur Asylunterkunft umfunktioniert werden soll. Das 180 Seelendorf bekommt 120 Asylsuchende in das Hotel. Im Gegensatz zu Mörike-Wildegg sind ausnahmslos alle dagegen. Am Anfang wurde uns mitgeteilt, dass gewisse Abklärungen bereits getroffen wurden und nur Flüchtlinge der Phase 2 kommen. Das heißt bereits überprüfte, integrationswillige Flüchtlinge. Neu heißt es aber, es kommen alle Stufen der Flüchtlinge. Und das bereitet uns natürlich auch ein bisschen Sorgen, weil Integration per Definition ist hier oben definitiv nicht möglich. Wir haben kein ÖV, wir haben keine Schule, wir haben keine Läden. Wir sind ein kleines Dorf mit vielen Familien, vielen kleinen Kindern. Die Schulen sind ohnehin schon überlastet. Ja, es geht immer wieder um die Verteidigung der verfassungsmässigen Ordnung. Und es ist einfach so, wenn Informationsveranstaltungen auf Gemeindesebene dazu benutzt oder missbraucht werden, und Bürger und Staatsbürger, die ja Steuerzahler sind, vor vollendete Tatsachen zu stellen, das in der direkten Demokratie, dann kommt das in einem Amtsmissbrauch gleich, aber auch in einer Störung oder sogar faktischen Angriff auf die verfassungsmässige Ordnung. Und das ist ja dann nach Strafgesetz Artikel 275 und andere noch, kann das mit bis fünf Jahren Gefängnis bestraft werden. Musik Wir sind froh, wenn wir das durchziehen können und vielleicht sind wir am Poster hier. Danke. Merci beaucoup. Danke. Wie will man hier zu Wolfischberg Menschen von anderen Kulturen integrieren? Mehr und nichts haben, ausser unsere wertvollen Landwirtschaftsbetriebe. Weiter ist gesagt worden, es sind mehrheitlich Familien. Statistisch gesehen sagen wir etwa 15 bis 20 Kinder. Also eigentlich wenig Familien. Nach dem ganzen Vorgehen kommt das mir fast vor, wie der uns 180 Wolfischberg zu den 120 Asyl suchenden Menschen integrieren möchte. Danke für uns zuhören. Ich bin Lukas von der Nachbargemeinde. Die Frage war, ob der freie Wille von den Menschen hier überhaupt respektiert wird, ob sie das wollen oder nicht. Und dann kam eine 2-3-minütige Ausrede. Und eigentlich war es Nein. Also für mich war es die Antwort, wir entscheiden und ihr könnt einfach klar mit dem. Also die Leute, die Menschen hier haben gerne nichts zu sagen. Es ist eigentlich scheissegal. Mir ist es um unveräusserliche Recht gegangen und nicht um irgendwelche Gesetze, die es ihnen tun können und tun, was sie wollen. Aber es ist scheissegal. Es interessiert niemanden. Bezüglich der Familie, ähm, ich kann heute sagen, das ist sehr schwierig abzuschätzen, wer zu uns wird kommen. Mein Name ist Sven Burkharder, ich bin seit anderthalb Jahren mit meiner Frau hier zu Offisberg. Wir sind vorher zu Grenken gewesen. Grenken, oder? Wie habt ihr schon gehört? Biberist. Und ich kann euch sagen, wir sind vertrieben worden. Genau wegen dem. Meine Frau ist zu Grenken am Abend sexuell belastet worden. 2 Uhr morgens. Ihr könnt dort mit der Frau nicht mehr alleine in den Ausgang. Und jetzt kommen wir hierher und haben uns solche Sachen erzählt, für wie dumm ihr uns schaut an. Herr Michl. Vielen Dank. Wir sind vom einen extrem ins andere. Wir bekommen Kinder, wir bekommen keine Kinder, wir bekommen eine Familie, wir bekommen keine Familie. Sie wissen es ja selber nicht. Und das ist traurig. Würden wir in der Privatwirtschaft so arbeiten wie die Herren dort, würden wir auf der Strasse landen, dann bräuchten wir vielleicht ein solches Heim. Und das ist eine so reisehörige Leute zu haben. Ich finde es traurig. Können wir nicht weiter oben wählen? Weil sich das ganze Gremium um Rattenschwanz immer wieder schön vom einen Tosen-Sack hin. Das ist traurig. Eine Verhehnung. Es ist eine Verhehnung der Menschen. Nur eine Verhehnung. Wir haben sich jemals gefragt, wie unser Leben hier oben abläuft. Und als wir vor 20 Jahren hier oben gekommen sind, haben alle gesagt, was willst du dort oben? Dort ist ja nichts. Und das ist genau das, was wir hier oben gesucht haben. Das nichts. Das ist für unsere Lebensqualität. Wir schliessen auch unsere Autos nicht ab. Wir schliessen auch unsere Haustüren nicht ab. Wir können immer aufeinander holen. Jetzt kommen doch plötzlich 120 Menschen, wo ich absolut verstehe, dass es denen auf gut Deutsch verschissen geht. Aber ich weiss nicht, wie wir euch das vorstellen, wie wir uns fühlen. Wir haben schlicht und einfach keine andere Wahl, als das zu nehmen, wo wir können, wo wir die Plätze brauchen. Aber warum in Wolfisberg? Warum nicht z.B. in Langenthal, unser Zentrum, dort wird z.B. das Altersheim in Kürze geeignet für Unterbringung? Dort wird dann ganz einzig gelernt. Und es dient nur der Spaltung. Es dient nur dazu, die Menschen hier aufzuwickeln gegen diejenigen, die können. Und es werden keine schlechten Integrationen erfolgen. Wenn man Menschen helfen will, dann tut man es woanders hin, aber nicht dort, wo es niemand will. Da hilft man ja weder noch. Also ist es eine Verhehnung und gegen die Menschen. Ich sehe da wirklich etwas menschenfeindliches für beide Seiten. Ich wollte eigentlich, was man hier eine Abstimmung macht, wie viel es dafür wäre und dagegen. Und was man das Volk nicht immer übergeht, weil ich das auch erst erfahren habe. Ich möchte auch, was wir das jetzt weiterziehen. Und ich bin gar nicht dafür, was hier 120 Asylanten hierher kommen. Von dem her, es ist nicht so, dass sie eben, das ist gesagt worden, um und unten. Sie haben eigentlich keine Zeit dafür. Es hat wirklich einen Integrationsplan, die funktionieren. Es geht darum mit der Zeit, Arbeitsintegration zu machen mit Programmen. Und ich bin mit eigentlich gar keiner Erwartung gekommen. Weil wir haben davor auf so ein Pamphlet verkauft von Bern, wo eigentlich drinsteht, der Drops ist gelutscht. Also von daher, und ich höre hier, es kommen eigentlich gute Fragen, es kommen gute Einwände. Und es geht immer nur gebetsmühlenartig. Immer das Gleiche, wie man das seit drei Jahren. Je häufiger es behauptet wird, umso besser, umso wahrer und umso ehrlicher wird es. Mit acht Leuten, 120 Fremden, die aus mehreren Nationen kommen, und man muss hier einen Explosivherd in ein kleines Weilerdorf eigentlich reinsetzen. Das ist pervers. Ich glaube, wir reden für alle, wenn wir heute Abend mehr Fragen haben als vorher. Mehr Zweifel haben als vorher. Ich bin enttäuscht von unserer Politik ausgenommen, unser Gemeinserat, und ich wahrscheinlich noch als letztes erst ernst nehme. Vom Kanton sind wir die beschissen. Es tut mir leid, ich will nicht auflärtig sein, aber ich muss es sagen. Ich bin enttäuscht, schäme euch vom Kanton. Leute gehen wählen, wir haben das in den eigenen Händen. Das Unglück haben wir in 2009 angenommen mit der Asylpolitik. Das ändern wir wieder. Das ändern wir wieder! Wenn hier die Niederbipper insgesamt und die Ortsansässigen vertraut haben, auf die Subsidiarität der Gemeinde, auf die Gemeindeseinautonomie und auf die Souveränität des Kantons, dann sind sie jetzt hier getäuscht worden. Und dann müssen wir für die Verteidigung der Grundrechte, der verfassungsmässigen Ordnung und der allgemeinen Bestimmungen, die die Schweiz vereidigt, geltet für alle, dann müssen wir hinstehen. Musik Alle Bauern sollten durch die Tugen fahren und das Bundeshaus mit Schütte füllen.